meine lieben damen und herren herzlich willkommen hier bei tigersteel heute habe ich was besonders für euch und zwar geht es um die uncharted der nathan drake collection die von kritikern gefeierter ps3 trilogie von nahti dog wieder zu remastered version im october exklusiv auf ps4 veröffentlicht die reihe zeichnet eine mischung aus charismatischem helden explosiver blockbuster action herausragendes storytelling und plattform definierender grafik aus und hatten seine zeit das studio nahti dog in die absolute top liga der entwickler aufsteigen lassen die singleplayer kampagnen von uncharted dregs schicksal uncharted 2 among thieves und uncharted 3 dregs deception werden in 1080p und mit 60 fps spielbar sein darüber hinaus gibt es neuerungen beim lighting bei den texturen und modellen sowie weiteren verbesserungen und zusätzliche elemente in allen drei spiel der käufer von uncharted der nathan drake collection erhält einen exklusiven zugang zum multiplayer beta von uncharted 3rd thieves end leute ich hoffe ihr habt viel spaß mit dem demo lädt es lädt es lädt es euch runter spielt es unbedingt ich hab das jetzt für euch gespielt und habt ihr wahnsinnig spaß dabei ich wünsche euch einen schönen tag und genießt dieses video schaut es bis zum ende an liked es kommentiert es teilt es abonniert mich und bis jetzt das nächste mal ich brauche strom um dich herauszuholen hältst du noch durch klar ich werde mir so lange die füße vertreten der schutzschalter muss irgendwo oben sein keine sorge ich mach das schon toll der strom ist weg und sie steckt fest ich schwörs wenn da ein zombie um die ecke ist ja Ah! Ah! Was war das? 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 Hey, hey, check it out, Marco! Marco! Landratte! Du bist so... Was war das? 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 Mist! Was war das? Co, man sah es? Untertitelung im Auftrag des ZDF Hier durch! Alles okay? Ja, alles okay. Was bin ich ein Schütze? Das kann nützlich sein. Nein! Nein! Das ist ein Schütze! Das ist ein Schütze! Das ist ein Schütze! Das kann ich nicht sein. Nein! Ich werde nicht mehr fliegen. Ich werde jetzt nicht mehr fliegen. Ich habe es geschafft. Was tun die da? Das ist nicht gut. Mist! Es stürzt ein! Scheiße! Sprich! Da waren wir beinahe drin? Hier lang, na los! Sieht so aus, als hätte das Hotel grad Nebensaison, was? Haha, na los! Okay... Ich bin gut! Ah! Regelt die Fels! Granate! Ah! Nein! Das ist! Da ist sie! Mist! Gettet die Fels! Hier kommt was! Hilfe! Hilfe! Los, weg! Eine Brücke! Cool! Ja, die Widerstandskämpfe haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück! Weg! Verdammt! Los, Meg! Hey, cool. Cool. Neid, pass auf! Oh! Der Kerl ist nicht locker. Runter! Ja, so gefällt mir das. 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 Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war's. Das war's! Das war's! Gut! Das hast du mir beigetragen! Das Wichtige! Nur das zählt! Gut geht! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!